Das Gespenst der Heide Bevor die deutschen Siedler in die Batschka und in Spannath kamen, gab es dort in der Nähe der Donau nur Moor und Sümpfe. Dahinter dehnte sich eintöniges, sandiges Heideland. Hier hauste ein unheimliches Gespenst. Es sah aus wie eine alte Frau. Das Gespenst war voll Runzeln und dürr wie ein Grashalm, den die Sonne versenkt hat. Die Arme des Gespenstes aber waren lang und Knochenhager und die Finger endeten in Saugnäpfen. Den ganzen heißen Sommer lang hockte das Gespenst wie leblos im Sand oder hinter einem Schleedorngebüsch. Es hatte die Augen weit aufgerissen und glotzte ins Land. Wenn sich aber ein Mensch in der baumlosen Heide verirrte, begann sich das Gespenst zu regen. Es stand auf und schlich an den Verehrten heran. War es nahe genug herangekommen, streckte es blitzschnell die langen Arme nach ihm aus. Mit beiden Händen packte das Gespenst den Menschen und sog ihm so viel Blut aus, dass er schließlich erschöpft zusammenbrach. Mit jedem Blutstropfen aber, den das Gespenst trank, wuchsen seine Kräfte. Seine Runzeln glätteten sich, die Spinnenarme wurden voll und rund, die Augen begannen zu funkeln und zu glühen. Erst wenn der Abend hereinbrach, ließ das Gespenst den Verirrten los. Die ganze Nacht lang blieb es an seiner Seite. War der Mensch am nächsten Morgen erwacht und er ging weiter, verfolgte ihn das Gespenst mit gierigen Blicken. Zu Mittag aber sprang es wieder dem Menschen nach und sog ihm aufs Neue das Blut aus dem Leib. Schließlich musste der Verirrte einsehen, dass es für ihn in der riesigen, wasserlosen Heide nur noch den Tod gab. Hatte das arme Opfer seine Seele ausgehaucht, ließ das Heidegespenst den Toten liegen und der Wind wehte Sand über ihn. Erst als sich deutschen Einwanderer am Rand der Heide niederließen, kamen für das Gespenst schlechte Zeiten. Stück für Stück nahmen ihm die Bauern sein sandiges Reich. In jahrelange, mühevoller Arbeit zogen die Ansiedler Kanäle durch das Land. Sie gruben Brunnenschächte und bewässerten und bebauten den Boden. Immer weiter musste sich das Heidegespenst von den Pflügen und Sensen der Bauern zurückziehen. Aus dem einstigen Sumpfland ein einziges großes Ehrenfeld geworden war, über dem die Lieder der Lerchen erklangen, verschwand das Heidegespenst für alle Zeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.